Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über 5 Drogerie-Produkte sprechen, die meiner Meinung nach so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise die ich in der Beauty-Welt der Drogerie-Produkte irgendwie gar nicht sehe. Und heute haben wir wirklich von super, super, super günstig in der Drogerie zu schon ein bisschen teurer, aber dafür die perfekte Heilen-Qualität. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe hier noch eine kleine Frühstückspalme. Ich habe es gerade probiert, ein bisschen nass zu machen, aber guess what? Mehr Urlaub als eine Frühstückspalme wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen starten wir auch direkt mit dem ersten Produkt und falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das wird immer wieder ein bisschen vergessen, vor allen Dingen, weil jetzt ja auch diese Anzeige anders ist. Wenn ihr auf dem Handy schaut und das Bild dreht, könnt ihr einmal auf dem Display hochwischen und da unten ist dann der Daumen nach oben und da gerne einmal raufklicken. Und da freue ich mich riesig drüber. Eine Foundation, ich finde Foundation ist im Moment so ein bisschen schwierig. Ich habe gesehen, dass es neue Produkte gibt von Maybelline, von NYX und ich glaube auch von L'Oreal. Die sind aber noch nicht in Deutschland da und ich will auch diesmal nicht Monate im Voraus ein Produkt testen, was die meisten dann nicht kaufen können und damit den Farben nicht zurecht wissen. Deswegen warte ich da noch ein bisschen. Aber ich habe hier von L'Oreal die Skin Paradise Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow. Das ist ein getöntes Feuchtigkeitsfluid. Ich werde oft gefragt, kannst du mir eine BB Cream empfehlen? Kannst du mir irgendwas empfehlen, was du sehr, sehr gerne magst? Das mag ich sehr gerne. Ich habe ein kleines Problem damit und das ist die Farbe. Das ist nämlich Light 03 und damit siehst du aus wie ein Simpsons, also ich zumindest. Deswegen muss ich das Ganze so ein bisschen anpassen. Ich habe hier wieder meinen Elf Zauber Concealer mit dabei. Das Schöne bei dem ist, dass es auf Wasserbasis ist und das spendet extrem viel Feuchtigkeit, Pflegeformel auf Wasserbasis mit Mineralpigmenten. Das geht so ein bisschen in die natürlichere Richtung vom Finish her. Es hat wirklich den schönsten Glow, aber der ist nicht so speckig Glow. Also das ist ja etwas, was viele von euch nicht mögen, dieses speckige. Deswegen, ich mische mir das einmal. Oh Gott, das ist... Ich muss mir das nochmal holen. Aber, wisst ihr, das ist so ein Ding, da bin ich immer oder da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Und was mir gefällt, dann eigentlich nochmal zu kaufen, weil ich habe ja wirklich, wirklich viele Produkte. Ah, wird noch ein bisschen helfen. Dann haben wir die richtige Farbe. Okay, so, das kriegen wir hin. Die Deckkraft ist echt gut und ich finde, das ist eine gute, ich sag mal, wenn ihr mit dem Catrice Tintezierum nicht zurechtkommt, dann ist das eine gute Alternative. Das ist nämlich von der Textur her, vom Finish her und von der Deckkraft her sehr, sehr ähnlich. Aber, ihr seht es, das ist so ein ganz leichtes Semimatt. Also ich finde dieses Healthy Glow, Healthy Glow für mich ist was anderes. Das ist eher so ein Natural Glow. Nicht zu speckig, nicht zu intensiv. Ein sehr zarter Look. Und gerade jetzt, für die Jahreszeit, die jetzt kommt, ne, wir wollen ja alle so ein bisschen natürlicher sein, soll so ein bisschen frischer sein, ist das ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich liebe das Packaging, muss ich dazu sagen. Ihr könnt das natürlich jetzt nicht fühlen, vielleicht kennt ihr das. Das hat hier drauf, das sieht aus wie so kondensierte Tropfen. Es hat ein bisschen Haptik, es fühlt sich gut in der Hand an. Es gibt es auch in mehreren Farben online ja sowieso. Da wollte ich Ihnen nochmal sagen, wenn ihr die richtige Farbe nicht in der Drogerie findet, swatcht euch so nah es geht ran und schaut dann online. Online sind meistens nochmal deutlich mehr Farben erhältlich. Und ihr findet ja auch viele Drogerie-Produkte nicht nur online bei dm oder online bei Rossmann, sondern auch online bei Müller oder online bei Look Fantastic oder online überall googelt. Und meistens ist es dann auch wirklich versandkostenfrei. Ihr seht im direkten Vergleich dieses sehr lebendige Finish und diese leichte, zarte Deckkraft. Farblich passt es jetzt sehr gut. Und ich muss dazu sagen, wait a second, jetzt wo ich das so trage im Gesicht, erinnert es mich sehr, sehr stark an die La Mer Foundation. Hm. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das ist jetzt wirklich nur First Impression, mein erster Eindruck. Wie ich glaube, dass sie sich verhält von einer Langlebigkeit auf der Haut, definitiv ein Go. Also auch hier weniger ist deutlich mehr. Ich arbeite das auch mit dem Schwamm ein. Ich finde, das ist bei diesen zarten Produkten immer so ein bisschen besser. Und vielleicht inspiriert euch dieses Video. Und das ist ja so ein bisschen mein Ziel. Ich will nicht sagen, ich will wegkommen von neu, 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 neu. Weil es macht ja auch Spaß, neue Produkte auszutesten. Aber ich möchte euch auch animieren. Produkte, die ihr schon habt. Und die meisten von euch werden genauso verrückt sein wie ich mit Make-up. Wir haben eine riesengroße Make-up-Sammlung mittlerweile zu Hause. Nutzt die Produkte. Tauscht mal ein bisschen aus. Was ich sehr, sehr süß finde, vielleicht mache ich das. Schreibt mir da gerne mal ein kleines Update in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, das heißt Schminkkörbchen. Das machen viele kleinere YouTuberinnen und YouTuber, die dann einmal im Monat so ein Schminkkörbchen packen. Dann die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen dabei, wie sie das packen. Und dann auch die Produkte nehmen. Und du kannst ja aus verschiedenen Produkten auch schon viele verschiedene Looks machen. Und ich glaube, so ist es ein Weg, Produkte öfter zu nutzen. Und so ein bisschen Rotation reinzubringen. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt. Der Hals ist natürlich wie immer nicht ansatzweise die Farbe meines Gesichtes. Aber das liegt einfach an der Rötung, die ich am Hals habe. Das ist etwas, was ich schon immer hatte. Also seitdem ich, glaube ich, in der Pubertät war, habe ich immer so einen leicht geröteten Hals. Mein Gott. Es gibt schon. Ich bin ein Mensch. Und so seht ihr die Textur auch nochmal auf der Haut. Ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und ich würde das jetzt auch gar nicht unbedingt zetten. Ich drehe mal kurz das Licht, das Spotlicht weg. Es ist jetzt zwar ein bisschen dunkler, aber jetzt seht ihr den Effekt auf der Haut ein bisschen besser. Es ist luminous. Es ist ein leuchtendes Produkt. Aber es ist nicht so glänzend, so nass auf dem Gesicht. Und das fühlt sich auch absolut nicht nass an. Als Concealer muss ich sagen, im Moment, der hat jetzt nichts mit dem Video zu tun. Ich wollte ihn euch aber nochmal zeigen. Das ist der Kaya It's Iconic Concealer. Ich habe den in der Farbe 3N. Ich mag den im Moment wirklich sehr gerne. Was mich massiv daran stört, ist dieses Füßchen. Ich bin ja mittlerweile diese riesengroßen Füßchen gewohnt. Hat der nicht? Der ist wie so ein Lipgloss-Füßchen. Da kann ich gar nicht mehr leiden. Aber der ist echt hübsch. Also der ist ganz natürlich. Der ist nicht so rutscht, nicht so in die Fältchen. Der ist nicht so glitzerig. Der ist nicht so feucht. Sondern der lässt sich einfach sehr, sehr schnell, sehr schön verblenden. Okay. Ich wollte nochmal ein anderes Produkt benutzen. Und das hier ist ein Dupe. Vielleicht kennt ihr von Benefit den Bene Tint. Kleine Geschichte dazu. Ich muss es YouTube-freundlich erzählen. Das ist ähnlich wie das hier. Wenn ich euch die Verpackung zeige, dann wisst ihr, was ich meine von Benefit. Das wurde damals gemacht, um Tänzerinnen dabei zu helfen, dass dieser Bereich hier, dort wo es üblicherweise ein bisschen dunkler ist, rosiger aussieht. Warum auch immer das rosiger aussehen sollte, ich weiß es nicht. Dafür wurde es damals gemacht. Und dann ist das natürlich so ein bisschen, das lässt sich natürlich nicht so gut vermarkten, wie du kannst es auf deine Wangen geben. Und das ist der Bene Tint, beziehungsweise von Essence das What It Tint. Lip & Cheap Tint. Und ich muss sagen, ich mag das sehr, sehr gerne. Die Textur ist ein bisschen schwierig, weil sie sehr flüssig ist. Du kannst es auf die Lippen geben und du hast super viel Pigment drauf. Also ohne Pigment drauf zu haben. Das ist von der Textur her wie ein Wasser. So ein bisschen, wenn du mit Rotwein kleckerst und das auf den Teppich kommt, das nur auf deinem Gesicht. Super, super süß. Lässt sich sehr, sehr schön verteilen. Und was ich daran so schön finde, ist, es ist natürlich auch auf Wasserbars. Und dadurch sieht das auf der Haut sehr zart aus. Nicht so, oh, noch eine Schicht Make-up drauf. Und dafür benutze ich einen recht festgebundenen Blending Brush und arbeite mir das Produkt erstmal in den Pinsel. Das färbt, finde ich, auch so ein bisschen die Haut ein, muss man wissen. Bei den Lippen ist das aber eine ganz gute Sache, weil dadurch die Lippen den ganzen Tag über nicht so abgetragen aussehen. Und das setze ich mir einfach hier mit rein. Und wenn ihr so dieses No-Make-up-Make-up haben wollt, also wirklich, gut, ich habe jetzt eine Foundation drauf, so einen zarten Hauch nur an Farbe, der perfekt platziert ist, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Und ich finde, das ist so ein bisschen im letzten Update durchgerutscht. Und mein Make-up hat sich ja auch, ich wiederhole mich da zwar immer, aber das ist schon etwas, was ich, ich habe mich als Person sehr, sehr stark verändert, würde ich sagen, im letzten, im letzten Jahr. Make-up war für mich ja immer so eine Möglichkeit, mich selbst irgendwie auszudrücken und meine Interessen ein bisschen zu zeigen. Und ihr seht es ja an meinen Looks, sie sind nicht mehr so bunt, sie sind nicht mehr so laut, das ist alles so ein bisschen erwachsener geworden. Ich bin ja jetzt auch fast 30 und möchte einfach ein bisschen natürlicher sein. Was ich damit super gerne mache, das funktioniert aber nur, wenn es euch egal ist, wie ihr am nächsten Tag aussieht. Das mache ich meistens, wenn ich auf ein Event gehe und aussehen möchte wie ein junger Gott. Dann färbe ich mir damit meine blauen Augenränge ein. Pro, die Farbe, ist ja so ein Pink, korrigiert das Lila. Contra, du bist dann einfach rot unter den Augen, wenn du dich abgeschminkt hast. Über Make-up, super. Und ich finde, ihr seht es auch ganz gut. Das ist sehr, sehr gut pigmentiert. Man kann dann auch nochmal so ein bisschen punktuell mit dem Concealer einfach nacharbeiten. Und ihr habt einen sehr, sehr frischen Look, auch ohne Foundation, sehr, sehr gut. Ich zeige ihn euch gleich auf den Lippen, weil ich daraus eine echt tolle Lippenkombination habe. Kommen wir zur Base. Und da ist etwas, da muss ich sagen, da finde ich den Preis schon echt heavy für Drogerie-Make-up, aber die Qualität ist Game-Changer gewesen. Und zwar ist Art Deco ja jetzt in vielen, vielen Drogerie-Filien verfügbar. Und sie haben, ich glaube, Ende letzten Jahres diese Paletten rausgebracht. Sechs oder neun Stück. Ich habe hier einmal The Blush Palette. Wunder, wunderschöne Töne. Sehr, sehr kühl. Sehr, sehr gedämpfte Töne. Und die The Face Palette mit diesem rosa Fischschuppenmuster. Und auch hier, die Farben sind sehr gedämpft. Und ich möchte sie jetzt gerne benutzen. Ich fixiere nur ganz leicht mein Gesicht mit so ein bisschen Restpuder, was ich hier habe, dass es nicht fleckig wird. Das ist ja immer so ein bisschen Problem, wenn man mit Puder auf eine feuchte Base geht. Einfach nur hier so ein bisschen rüber. Und dann nehme ich einen festgebundenen Pinsel und gehe hier in den Bronzer-Konturton rein. Der ist sehr, 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 sehr kühl. Deswegen arbeite ich ihn mir erst in der Hand ein. Und dann tupfe ich den hier einfach nur hier so ein bisschen rein. Und ihr habt einen sehr kühlen Look. Und das macht auch Sinn, den jetzt so ein bisschen kühler zu tragen. Denn wir werden gleich mit einem sehr warmen Blush arbeiten. Und ich finde, das ist immer, also es sollte immer so ein bisschen ausgeglichen sein. Wenn ihr eine sehr, sehr kühle Kontur habt, nehmt gerne einen etwas wärmeren Blush, weil der dadurch ein bisschen aufgewärmt wird wieder, die Kontur. Und dann habt ihr so einen, wie so einen Verlauf. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür sind die sehr, sehr gut. Das sind extrem gute, hochwertige Produkte. Also das ist Art Deco, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ist ein deutsches Unternehmen fast so wie ein Familienbetrieb aufgebaut, die Struktur. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, was die geschafft haben. Und ihr seht das, es wird, das ganze Gesicht wird gleich so ein bisschen geformt. Jetzt sehe ich natürlich ein bisschen platt aus, deswegen fixiere ich einmal und helle so ein bisschen unter meinen Augen auf. Das mache ich im Moment aber ganz gerne im Nachgang. Und kann dann wieder die Stellen aufhellen, die ich aufgehellt haben möchte. Und dadurch sieht das Ganze auch nicht so eindimensional mehr aus, weil ich jetzt wirklich mit dem Puder alles wieder formen kann. Das ist übrigens hier wieder das Coaty S-Bun Powder. Das lassen wir einmal ganz kurz drauf und wir toppen das Ganze mit einem Blush. Es gibt natürlich auch in der Palette einen Blush, der ist mir persönlich aber ein bisschen zu dunkel und zu kühl. Ich möchte es jetzt im Frühjahr ein bisschen frischer haben und dafür ist die Blush-Palette mit diesem Würfelmuster schwenkt zwischen Lila, Blau und Rosa. Ich gehe am liebsten in alle zusammen. Dann habe ich nämlich so einen schönen frischen Ton auch hier erst in die Hand und dann haue ich so ein bisschen nur gegen meine Wangen und habe dann auch hier diesen Over-Blush-Look und kann den jetzt in diesen Bronzer mit reinsetzen und dadurch ist es nicht mehr zu kühl. Ich glaube, ihr habt den Unterschied ganz gut gesehen. Dann nehme ich das Puder, was ich aufgetragen habe und blende alles aus und kriege dadurch einen viel, viel weicheren Blend, als wenn ich nur mit erst alles fixiere und dann rübergehe. Dann ist es sehr, sehr schwierig, das schön weich auszublenden. So diffust ihr alle Farben nochmal ein bisschen im Gesicht und jetzt sieht das auch nicht mehr so übertrieben aus. Gehe dann immer noch so ein bisschen mit dem Rest ganz leicht hier rüber und verteile das. Ich sehe wieder aus, als wäre ich auf der Salem-Schule gewesen. Das ist meine neue Brand mittlerweile, so dieser kleine, süße Schuljunge. Ich liebe die Base gerade. Wirklich guter Punkt gewesen, glaube ich, mit diesem kühlen, sehr kühlen Bronzer, kein Contour-Produkt, Bronzer und dann ein warmen Blush. Jetzt, wo wir dabei sind, kommt her. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz klar den Unterschied zwischen diesen drei Farben. Also, wir haben einmal so ein Mittelding, ähnlich wie Hatice und Love. Kann man das sehen? Ja. Wir haben einen Bronzer, der viel wärmer ist, erkennt man, glaube ich. Der ist viel, 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 viel wärmer und ein Contouring-Produkt. Naja, da sieht, also man, ihr könnt den Unterschied erahnen. Warm, dazwischen und Kontur. Und ich, es fällt mir immer so schwer, mich daran zu erinnern, wo ich euch schon mal was erzählt habe. Bei TikTok habe ich es, glaube ich, erzählt. Ein Kontur ist ein kühler Ton und der nimmt etwas weg. Der gibt euch einen Schatten. Ein Bronzer soll Volumen erzeugen. In dem Moment, wo ihr Bronzer in den Wangenknochen setzt, also da, wo die Kontur üblicherweise hinkommt, wirkt das Gesicht ein bisschen fülliger. Also, das kann gut sein, wenn ihr ein sehr schmales Gesicht habt. Es kann aber auch negativ, kann aber auch das Gegenteil passieren, wenn ihr eigentlich konturieren wollt, aber eine zu warme Farbe nehmt. Deswegen, punktuell mit einer sehr kühlen Farbe hier hin und dann wärmer werden, dass ihr wirklich dieses Volumen erzeugt. Base, I love it. Ihr könnt natürlich auch, und das mache ich jetzt nochmal fix, mit einem Blendepinsel in den Braun-Tour-Ton das Lid so ein bisschen formen. Das sorgt dafür, wenn ihr so ein kleines Schlupflid habt oder einfach ein bisschen mehr Definition haben wollt, das Lid so ein bisschen geformt ist. Das mache ich persönlich auch super gerne hier unten. Wenn es ganz schnell gehen soll, dann nehme ich den Highlighter noch, sitze mit denen rüber und habe einen super natürlichen Lidschatten-Look. Sehr, sehr clean. Jetzt eine Mascara und das ist so eine Hassliebe, Freunde. Das ist so eine richtige Hassliebe. Ihr wisst es, ich bin seit Jahren auf der Suche nach der perfekten braunen Mascara. Nicht schwarz-braun, nicht braun-schwarz, nicht dunkles braun, sondern ein richtiger, richtig warmer Braun-Ton. Das ist das Produkt, was dem am nächsten kommt und zwar ist es die Trended Up Nummer 1 Mascara in Braun. Das ist schon ein richtiges Braun. Ich swatch es euch mal. Es sieht auf der Hand jetzt nicht ganz so braun aus. Ich musste mir damals, ich habe glaube ich 10 verschiedene Mascaren bestellt unter anderem auch die hier von Jeffrey. Die ist noch wärmer, das erkennt ihr jetzt kaum, vielleicht ein bisschen. Die ist noch wärmer. Ich hasse die Formulierung. Ich habe noch nie sowas Schreckliches in meinem Leben gesehen wie diese Formulierung an Mascara. Denn, also ich verstehe es, die legt sich wie, wenn ihr, weiß ich nicht, Frischhaltefolie um etwas packt. Dann legt die sich so rauf und du kannst das Produkt einfach wieder rausziehen. Also du kannst wirklich die Farbe von deinen Wimpern ziehen. Das ist wie so eine Gummischicht. Ganz, 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 ganz schrecklich und die bröckelt überall hin. Die Trended Up Mascara dahingegen ist gut. Kommt dem farblich schon sehr nah. Die macht jetzt nicht viel. Ich finde aber, dass bunte Mascara bunt im Sinne von einem schönen braun, einem schönen blau, einem wirklich schönen blau. Nicht so ein dunkles blau, sondern ein richtig helles blau. Das fehlt so ein bisschen in der Drogerie. Und mit jeder Drogeriemarke, mit der ich in Kontakt bin, ich bettel förmlich alle drum, wirklich braune Mascaren zu machen. Aber irgendwie kommt es nicht so durch. Die macht nichts Besonderes, die Mascara. Aber das ist die Einzige, die wirklich braun ist. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich mehr auf den Augen haben möchte, dann nehme ich erst eine schwarze, lasse sie an, trockene, gehe dann mit der rüber. Alternativ habe ich auch noch die hier von L'Oreal Balm Brown. Die macht mehr Effekt, ist aber nicht so richtig braun. Das ist wieder so eine schwarzbraune. Und vielleicht, vielleicht, auch bitte, vielleicht habt ihr eine Wimperntusche, die sehr, sehr gut funktioniert und die richtig braun ist. Nicht schwarzbraun, braun. Ein warmes Braun. Und so sieht das Ganze auch schon gleich deutlich natürlicher aus. Jetzt zeige ich euch noch eine neue Lippenkombination, die ich für mich entdeckt habe. Neulich. Und auch das ist ein Produkt, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, mit dem neuen Catrice Update. Das sind die Intense Matte Lip Pans. Das sollen Dupes oder günstigere Alternativen zu, ich glaube, den von Nars sein. Gibt es in mehreren Farben und meine Farbe ist Mocker Me Happy. Den trage ich jeden Tag im Alltag. Denn der ist sehr, sehr groß. Der ist nicht so präzise. Du kannst nicht diese perfekte Linie zeichnen, aber das will ich gar nicht. Ich möchte wirklich einfach nur einfach so ein bisschen rüber gehen. Und das ist ganz verrückt, weil üblicherweise, habe ich neulich gesehen bei Instagram, lassen sich Männer ihre Lippen rosiger tätowieren, weil sie ihre bräunlichen Lippen, vor allem viele Italiener machen lassen. Was sie ihre bräunlicheren Lippen oder kühleren Lippen nicht so gerne mögen. Und ich liebe das. Ich mag keine rosanen Lippen. Ich möchte so ein bisschen kühlere Lippen haben. Und so ist der schon schön. Kannst du perfekt so tragen. Der hält auch. Echt gut. Aber, damit das Ganze wieder zum Blush passt, nehmen wir diesen Watted Tint. Und der färbt jetzt so ein bisschen die Lippen ein, reduziert sich gleich, schmeckt so ein bisschen süßlich, ein bisschen nach Seife. Ich liebe den Look. Das ist halt wieder so ein typischer Maxim Giacomo Basic Look. Aber, ihr kommt ja auch hierher, um zu sehen, wie man sich im Alltag schick fühlen kann. Das ist auch das, was ich ja so ein bisschen fokussieren möchte. Dieses Classic Everyday Makeup mit spannenden und guten Produkten zu machen. Aber auch Produkten, mit denen man was schöne, krasse Effekte machen kann. Und das ist etwas, so würde ich sofort rausgehen, so kann ich zur Arbeit gehen. Ich weiß, dass die Produkte funktionieren. Ich weiß, es sieht alles schön, frisch und gesund aus. Und ich bin gespannt, welche Produkte ihr als kleine Geheimprodukte in der Drogerie habt. Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in den Tag und wir sehen uns hier nächste Woche. Nee, Quatsch. Übermorgen schon wieder. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.